Wenn man verurteilt wird und ins Gefängnis muss, dann ist das schon schlimm genug. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn man zu Unrecht in den Knast gesteckt worden ist. Dann spricht man landläufig von einem Fehlurteil. Und die fünf krassesten Fehlurteile, die in Deutschland gesprochen worden sind, stelle ich euch in diesem Video vor. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medierechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn ihr euch für das Thema Recht interessiert, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal. Dadurch klicken auf diesen Abo-Button und das kleine Glöckchen. Fehlurteile gibt es. Viele fünf besonders krasse Fehlurteile aus Deutschland habe ich euch herausgesucht. Wir beginnen mit dem Fall Heinz G. Er saß auf der Anklagebank. Keiner glaubte ihm. Ihm wurde mehrfacher sexueller Missbrauch von Kindern im Jahr 1996 und Vergewaltigung vorgeworfen. Das Landgericht Kempten hat ihn zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Hauptbelastungszorgige war damals seine 15-jährige Tochter Nina, die ihn bezichtigt hat, aufs Übelste ihn sexuell missbraucht zu haben. Der Verwaltungsangestellte saß seine Strafe ab. Er verlor Familie, Freunde und natürlich den Job. Viele Jahre später, um genau zu sein 13 Jahre später, korrigierte die heute 33-jährige Tochter ihre ursprüngliche Darstellung. Und es kam zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Sie gestand unter Tränen, dass sie damals eine Falschaussage gemacht habe. Und dann kamen weitere Gutachter und die haben gesagt, das ist schon ganz schön schlampig gearbeitet worden im ersten Prozess. Denn man hätte die Glaubwürdigkeit der Tochter schon anzweifeln können. In manchen Aussagen hat sie gesagt, dass sie vier- bis fünfmal vergewaltigt worden sei. In anderen Aussagen von 15-20 Vergewaltigungen. Und das ist von den ersten Gutachtern niemals hinterfragt worden. Erst im Jahr 2013 wieder fuhr Heinz G. endlich Gerechtigkeit. Das Landgericht Memmingen, das ist in Bayern, sprach ihn frei. Er hat auch Anspruch auf eine Haftentschädigung. 25 Euro pro Hafttag sind 63.000 Euro. Nicht viel, wenn ihr mich fragt, für sieben Jahre Haft. Die Richterin hielt fest, ihr Leben, die verlorenen Jahre können wir ihnen nicht zurückgeben. Und die Tochter, die die Falschaussage vor Gericht gemacht hat und ihn erst in den Knast gebracht hat, die muss keine strafrechtlichen Konsequenzen befürchten. Denn ist eine Falschaussage vor Gericht, die ist zwar strafbar nach § 153 Strafgesetzbuch, aber hier war im Zeitpunkt des Urteils im Wiederaufnahmeprozess das Ganze schon verjährt. Also, kein Gewinner in dieser ganzen Geschichte. Immerhin ist noch rausgekommen, wie es dann richtig passiert ist. Zweites Fehlurteil, der Fall Monika de Montgason. Es gab eine Arzthilferin, Monika, die saß 888 Tage im Gefängnis, auch unschuldig. Und dann hat sie sich ihre Freiheit erkämpft und musste noch selbst dafür zahlen. Warum? Naja, es war so, im September 2003, Monikas Vater Theo war 76 Jahre alt, der war an Lungenkrebs erkrankt. Ihm blieben nur noch wenige Wochen zu leben und deswegen zog Monika in ihr Elternhaus zurück, um den alten Mann zu pflegen. Das war ganz herzlich in Brandenburg abgespielt. Und dann eines Nachts brannte das Haus. Ja, Monika und ihr Freund, die konnten sich noch nach draußen retten, aber der bettlägerige Vater, der hatte keine Chance, er stirbt in den Flammen. Der Verdacht war, Monika, die sollte den Brand selbst gelegt haben, um früher ans Erbe und an die Versicherungsgelder zu kommen. Es gab dann ein Gutachten und das Gutachten kam zu dem Entschluss, hier ist garantiert Brandbeschleuniger genutzt worden. Das Urteil lebenslange Haft plus strafstärfende Feststellung der besonderen Schuld. Das heißt also, nach 15 Jahren hat man also einen Haftprüfungsantrag, das war hier bei der Monika eben nicht möglich. Sie kämpft, bei lebenslange würde ich das auch tun bis zum letzten Cent, stürzt sich in Schulden, beauftragt Gutachter und hat Glück. Der Bundesgerichtshof, der rollt den Fall entsprechend auf und sagt, da ist fatal geschlampt worden. Das Brandgutachten war eine Katastrophe, kein Mord, keine Habgier, Freispruch. Der Lungenkrebsevater, das hat dann später ein Gutachten rausgegeben, ist mit einer Zigarette eingeschlafen. Damit ist das Ganze, da ist der Spätband ausgelöst worden. Natürlich auch Paradox, dass der Lungenkrebs hat den jetzt sehr rettert, einschläft, dann brennt das ganze Haus. Also wirklich, was das Leben so spielt. Trotzdem, die Gutachterkosten, die betrugen hier 114.000 Euro, um das alles zu ermitteln, auch durch das Privatgutachten, was sie gemacht hat. Und davon werden die aber nicht alle, werden nur so, mal eben rechnen, 80.000 etwa erstattet. Sie bleibt auf 32.000 Euro sitzen. Warum? Das hat ein weiteres Gericht im Februar 2012 entschieden, das Berliner Kammergericht. Da haben die Berliner Richter gesagt, naja, du hast dir in deiner Verzweiflung einen zu teuren Gutachter genommen. 32.000 Euro Gutachterkosten musst du selber zahlen. Eine wirtschaftlich denkende Person hätte nie so viel Geld gezahlt, wie für dieses teure Gutachten. Da kriegst du natürlich auch so viel, aber klar, da kriegst du natürlich auch zu viel. Ach ja, mein YouTube Livestream beginnt bald. Dann ahnt ihr schon, wann ich dieses Video gedreht habe. Auf alle Fälle hat sie dann noch, also 32.000 Euro bleibt sie sitzen, Gutachterkosten. Und, was auch interessant ist, sie kriegt eine Haftentschädigung von 11 Euro, 9.779 Euro. Warum nur so wenig? Na ja, erst 2009 ist eingeführt worden, dass man 25 Euro pro Tag bekommt. Sie hat 11 Euro pro Tag bekommen. Aber auch da muss man sagen, sie saß, glaube ich, drei Jahre in Haft. Große Schande, große Katastrophe. Fall Nummer drei, der Fall Gabriele Gottwald, das war eine linken Politikerin. Ehemals, also heute linken Politikerin, früher Mitglied bei den Grünen. Und in den 80er Jahren wurde sie zu Unrecht wegen Beleidigung verurteilt. Was war passiert? 1983 war sie Abgeordnete der Grünen. Ist am Rande einer Demo, damals noch in Bonn, und betritt eine Sperrzone. Man durfte halt in einem gewissen Rahmen nur demonstrieren, durfte nicht zu nah an den Bundestag, der in Bonn damals noch war, rankommen. Sie sagt, ich bin Mitglied des Bundestages, zeigt ihren Ausweis. Hinter ihr die Demos, Friedensdemo. Es ging um die Stationierung von Pershing-2-Raketen. Die Amerikaner hatten auf unserem Territorium diese Abwehrraketen stationiert. Und sie möchte, weil sie kam quasi von der Demo, will zu ihrem Arbeitsplatz zum Bundestag. Hat noch jemanden dabei? Auch Fraktionsmitglied der Grünen, der aber keinen Ausweis dabei hat. Die Polizisten machen Zampano und sagen, dass sie erstmal nicht durch dürfen. Nach viel gerangelt sagt sie dann, ich muss mich doch von solchen Leuten nicht verscheißern lassen. Ja, also sie meinte jetzt von den Polizisten. Ich muss mich doch von solchen Leuten nicht verscheißern lassen. Und dann ist sie sozusagen da durchgegangen. Später wiederum erstattet hier die Polizei Strafanzeige und sagt, die hat uns als Idioten, Affen und Scheißer beschimpft. Sie hat gesagt, ich muss mich doch nicht von solchen Leuten wie den Polizisten verscheißern lassen, dass sie uns hier nicht durchlassen. Und die Polizei sagt nachher, sie hat uns als Affen, Idioten und Scheißer beschimpft. Ja, sagt das Gericht, auch wenn du eine Bundestagsabgeordnete bist, das geht nicht. Du darfst sie nicht so beleidigen. Und jetzt kommt das Krasse. Im Jahr 2008, 25 Jahre später nach dem Urteil, gestand der damals diensthabende Polizist seine Falschaussage. Und als Grund gab er den Gruppendruck innerhalb der Polizei sowie eine verbreitete Abneigung innerhalb der Polizei gegen linke Strömungen bzw. gegen die Grünen an. Also auch ganz, ganz schrecklich, was da passiert ist. Polizisten haben sich zusammengetan und gemeinsam eine Falschaussage begangen. Ich glaube, auch das war dann letztlich verjährt. Konnte man auch nichts mehr machen, aber das schlechte Gewissen hat ihn dann doch irgendwie lange Zeit geplagt. Fall Nr. 4, der Fall Jakubowski, ist der älteste Fall in unserer Liste. Der stammt aus dem Jahr 1925 und ist heute noch von trauriger Relevanz, einer der schlimmsten Justizirrtümer des 20. Jahrhunderts. Was ist da passiert? Josef Jakubowski wurde für den Mord an einem dreijährigen Junge zum Tode verurteilt. Sein Prozess ließ damals zu wünschen übrig. Es wurde, der sprach kaum Deutsch, man hat ihm keinen Dolmetscher gegeben. Dieses Urteil stützte sich vor allen Dingen auf Aussagen eines geistig Verwirrten. Und der ist auch nicht vereidigt worden. Und trotzdem war dieser geistig Verwirrte der Hauptbelastungszeuge. Und es war die Familie des verstorbenen dreijährigen Jungen, die einstimmig auf den Verurteilten hingewiesen hatte. Und eben da gezeigt hat, der muss doch gewesen sein. Jakubowski sagt, das ist eine Verschwörung gegen ihn. Und als er das gesagt hat, kriegt der Richter damals einen Wutausbruch. Es kam, wie es kommen musste. Jakubowski wurde zum Tode verurteilt. Das Urteil wird vollstreckt, obwohl Beobachter das Urteil scharf kritisiert haben und eine Begnadigung forderten. Der Anwalt hat noch in letzter Minute eine Aufschiebung der Vollstreckung gefordert, aber es hat alles nichts geholfen. Es dauerte hier nur zwei Jahre, nicht 25 Jahre wie bei der Bundestagsabgeordneten, sondern nur zwei Jahre und die Wahrheit kam ans Licht. Es war die Familie des Dreijährigen, die den Dreijährigen umgebracht hatte. Sie wollte das Kind nicht mehr, es war ihnen unlieb und sie hatten sich gedacht, sie wollten auch gleichzeitig den Jakubowski, den sie auch nicht leiden konnten, loswerden, dachten sich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir töten unser Kind und Jakubowski wird auch getötet, aber vom Staat. Fakt ist jedenfalls dieser Fall, Jakubowski hat zu so einer Verunsicherung in der Weimarer Republik geführt, dass man danach die Vollstreckung der Todesurteile erst einmal ausgesetzt hat. Jedenfalls vom Sommer 1929 bis zur Machtergreifung von Hitler 1933 gab es dann eben nur noch ganz wenige Todesurteile, die in der Weimarer Republik vollstreckt worden sind. Und dann habe ich noch einen Fall, der ist nicht so lange her, sondern das ist eigentlich unser frischester Fall, der Fall Ahmad A. Den habt ihr bestimmt aus den Medien auch schon mal gehört. Der spielt hier in der Region, gar nicht weit weg von Köln, am Niederrhein in Kleve. Da gab es den Syrer Ahmad A. Der war zweieinhalb Monate zu Unrecht in Kleve im Gefängnis und starb dann, das ist das tragisch, bei einem Brand in seiner Zelle. Es gab dann später tatsächlich Erkenntnisse, der saß da völlig zu Unrecht. Die Geschichte lief wie folgt, man ging bei der Polizei Kleve davon aus, dass der Mann Frauen mit anzüglichen Gesten beleidigt haben soll. So, das war das Erste. Gibt seine Fahndungsdatenbankanfall, Ahmad A. Die sehen, da ist noch ein Ahmad. Die sehen A, der ist auch am 1. Januar 1992 geboren worden. Und der Treffer, das ist auch einer, der vom LKA in Hamburg gesucht wird. Tatsächlich hieß der andere, der gesucht wurde, war kein Syrer. Das war nämlich Amedie G., den die Hamburger suchten. Und zwar war der aus Mali. Und der Amedie G. hatte zwar einen ähnlich klingenden Namen, aber den hatte eben die Polizei falsch geschrieben, also Ahmad. Und dieser Name war die einzige Verbindung zwischen den beiden. Also, damit stand dann nicht Amedie G., sondern Ahmad G. Also, zweimal Ahmad G. Wobei, oben hieß ja, glaube ich, Ahmad A. Also, Ahmad eigentlich nur. Und das war die einzige Verbindung. Der eine kam aus Mali, der andere aus Syrien. Der andere war dunkelhäutig, der andere hellhäutig. Also, kaum Ähnlichkeiten. Naja, könnte man noch sagen, die sind ja wenigstens am gleichen Tag geboren. 1. Januar 1992. Aber 1. Januar 1992 hat man eben bei den Asylbewerbern immer notiert, wenn man nicht wusste, wann sie geboren waren. Die haben also alle 1. Januar 1992. Also, ist diese Übereinstimmung überhaupt nicht überraschend gewesen. Ja, und dann war es eben so, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg das auch alles nicht bemerkt hat. Und durch den Tod in der Zelle ist er dann eben ums Leben gekommen. Ob er jetzt die Zelle angezündet hat, das weiß man bis heute nicht. Komisch war, dass es lange in der Zelle gebrannt hat. 15 Minuten hat er da bei geschlossenem Fenster ausgeharrt und erst dann die Gegensprechanlage in seinem Haftraum bedient. Also auch da tatsächlich ein schlimmes, schlimmes Fehlurteil. Er ist da zu Unrecht ins Gefängnis gekommen und festgehalten worden. Aber man ging davon aus, es handelte sich um einen viel schlimmeren Buben, den die Staatsanwaltschaft in Hamburg suchte. Der war es aber nicht. Dazu können Fehlurteile führen und ja, das ist natürlich die traurige Wahrheit des Rechts, dass auch wir Juristen, Richter, Staatsanwälte sich irren können. Irren ist menschlich, aber wenn es eben hier zu solchen schlimmen Problemen und teilweise sogar zum Tod führt, geht es eben nicht. Zum Glück ist die Todesstrafe mittlerweile schon abgeschafft. Der Fall Jakubowski, den ich vorhin gestellt habe, der kann sich hier nicht mehr wiederholen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Dann gibt es mehr von solchen Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid, dann gibt es hier schon die nächste Sendung. Hier bis dahin noch ein bisschen was zur Wartezeit. Danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.